Guten Tag, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Klaus-Günter Häberle und ich stelle Ihnen heute einen Artikel vor in unserer Cyber Week von 11 Teamsport, die heute erst so richtig startet. Und zwar geht es darum, dass in den nächsten sieben Tagen jeweils sieben Artikel dermaßen reduziert sind, dass Sie einfach zuschlagen müssen. Und was ich Ihnen heute anbieten kann, das ist ein absoluter Wahnsinn. Einen Moment bitte. Ich habe hier den Adidas Champions League Final Ball. Die unverbindliche Preisempfehlung zu diesem Produkt liegt momentan bei 129,95 Euro. Und ich kann Ihnen nicht nur 10% auf diesen Artikel geben. Auch nicht 20, keine 30, nein auch nicht 40. Ich kann Ihnen sage und schreibe 50% Rabatt geben. Und da habe ich am absoluten Maximum, liebe Leute, ich kann Ihnen diesen Artikel für 64,98 Euro überlassen. Ja, Sie müssen jetzt zuschlagen. Jetzt ist schon noch Waren. Der wartet auf Sie. Der braucht Sie. Und ich möchte Ihnen nochmal sagen, das ist ein absoluter Knöller. Jetzt zuschlagen. Sie brauchen den. Denken Sie an meine Worte. Das ist eine absolut sichere Investition. Ein gutes Ding. Kaufen Sie. Wir sehen uns. Bis dann machen Sie es gut. Ihr Klaus Günther Ciao. Euer Christian. Vielen Dank.